Der 65er Mustang, orange, die abgebrochene Restauration, alles etwas gelb vom Blütenstaub, hat eine brandneue Scheibenbremsanlage innen belüftet, ist von unten Sand gestrahlt und lackiert, motorisch komplett überholt, neuer Fächerkrümmer, neuer Anlasser, neue Kraftstoffpumpe, neue Wasserpumpe, neue Lichtmaschine, neue Spinne, neuer Vergaser von Edelbrock, Achsen vorne, schon komplett neu gemacht, Auspuff fehlt noch, muss noch montiert werden, liegt aber bei, die ganze Handbremsmimik ist neu, der verstärkte Kardan, eine 9 Zoll Hinterachse, neue Dämpfer, auch hier ist die Bremse alles neu, neue White Letter Reifen, auf Torque Trust Felgen, neuer Tank hinten, eine sehr sehr gute Basis gewesen, soviel ich sehe, ist das Auto ungeschweißt, das Abdeckblech zwischen Motor und Getriebe liegt auch im Kofferraum, noch ein paar Restarbeiten und man hat ein aufwendig durchrestauriertes Fahrzeug. Und dann wird's, Und dann wird's,